Hallo liebe Eltern, hallo liebe Muttis und hallo an alle, die jetzt mit Laufanfängern unterwegs sein sollten. Aus gegebenen Anlass, ich sage mal, der Lockdown beschäftigt uns jetzt schon seit über einem Jahr. Das Schu-Wi-Du gibt es noch immer und das Schu-Wi-Du möchte natürlich auch weiterhin noch für euch präsent bleiben. Deswegen kann ich euch auch immer nur versichern, egal wie hart der Lockdown wird, egal ob Geschäfte schließen oder nicht. Für uns wird es immer eine Möglichkeit geben, euch unter die Arme zu greifen, euch mit neuen Schuhen zu unterstützen oder einfach nur beratenderweise zur Seite zu stehen. Ich sage, egal ob wir dann wieder aufgrund unseres Lieferdienstes dann wieder auf die Schu-Probiertüte verstärkt zurückkommen oder wir dann auch wieder verstärkt den Heimliefer-Service anbieten, was ich immer wieder gerade für Laufanfänger sehr optimal finde, weil wann oder wo haben sie es, dass eine Fachfrau zu ihnen ins Haus kommt, rausgesetzt. Sie möchten das alles unter der, wie sagt man so, Rücksichtnahme und den ganzen Hygieneregeln, die es dann immer mal in veränderter Ableitung gibt. Aber daran werden wir uns logischerweise halten, weil wir wollen sie ja unterstützen und wir wollen ja auch weitermachen. Wir fiebern ja praktisch förmlich danach, euch kleinen und großen Füßen weiterhin auf die Beine zu bringen und euch die Welt entdecken zu lassen. Und da werden wir uns von irgendwelchen Corona-Regeln nicht aufhalten lassen. Also, wer Beschubbedarf hat, wie gesagt, uns anklingeln, eine Mail schicken, wie auch immer, wir kriegen das hin. Wir finden eine Lösung und bitte, bitte Mamis, nicht aufgeben. Wir tun es auch nicht. Ja? Danke. Danke. Danke.